Musik Tag liebe Leute Ist sowas ne Corona-Zeit? Wir sind bei uns natürlich auch in der Tiefkühltruhe an dem Tauchten jetzt Finden wir ne Ente Ich kann euch sagen, ne sommerliche Ente ist nie weg Erstmal die Spitzen weg, damit man da keine Probleme mehr hat Und da fang ich mal an mit meinem Braten im Braten Ich seh das bei niemand mehr Ich mag das trotzdem Ich mag mir etwas falsch im Garten Hasen Und fülle meine Ente etwas heute Guck eben schmecken wie schmecken, ne? Und was denkt ihr? Ich tu mal wieder nix dran Da tu ich schon genug Da tu ich noch etwas Banco dabei Und das knete ich mir da schnell Dann habe ich das erste Teil schon wieder eigentlich weit fertig Und das ist ja so ne Sache, ne? Es ist ja nicht nur alles schlecht, ne? Der Vorteil vom Corona ist ja, dass man sich mal endlich tief über aufrücken kann, ne? So So Das wärs erste Etwas von den leckeren Selbstgeräuschern, den Speck, ne? Das erste Stück ist etwas schwieriger immer um anzuschneiden, ne? So ne Sparte bekommt ja irgendwann ein eigenes Leben, ne? Jetzt schneide ich mir da Eiskaltstreifen von So So Das wäre auch getan Und jetzt kommt eigentlich teilweise Trick trick Barba trick Das ist ja ab Den hol ich ganz locker zur anderen Seite Dann habe ich an dieser Seite auch noch ein Stückchen zu wenig. Den könnte ich noch teilen. Den lege ich an dieser Seite. Dann rolle ich den wieder zurück. Sieht es nicht gut aus. Dann habe ich hier noch eine blutige Sache. Die möchte ich ohne Haut haben. Und ohne Perle. Dann schneide ich mir den entscheidend schön. Und dann das an der Seite. Jetzt habe ich noch von Bessern übrig. Ich will gern das ja haben. Die Kokoslocken mit Reifen. So. Dann könnten wir da noch ein paar Orangen drauf. Und jetzt hoffe ich eigentlich. Dass der Grad groß genug ist. Dass ich den dann einmal komplett reinschiebe. Und was denkt ihr? So. Ich schaffe das. In einmal. Und jetzt ist die meiste Arbeit auch schon wieder getan. Da. Eben die Finger wieder waschen. Und eben meine Zartstoffe. Ich stecke die an der einen Seite rein. Andere Seite raus. Ich glaube ich habe den Fried schon mal sehen lassen. Ist ja nicht so schwierig. Wenn der Meister Saft nur drinnen bleibt. So. 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 Actually. So. 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 Now. Das lasse ich dran sitzen, damit ich den eher zurück finde. Etwas Sojasauce. Das lassen wir jetzt eben 10 Minuten einziehen. Und in die 10 Minuten Zeit kann der Ofen sich schön vorwärmen. Der Ofen ist schön warm. Ich nehme meinen armen Vogel. Leg den so rum herein. Wir fangen an hoch zu 190 Grad, schätze ich. Und dann gehen wir später etwas runter. Die Faustregel pro Kilo eine Stunde. 2,4 Kilo. Also fast 2,5 Stunden, denke ich. Zwischendurch sehen wir uns wieder, wenn ich wieder weiter mag. Bis gleich. So liebe Leute. Das erste Teil vom Anbraten ist geschehen. Huch. Die ist schon warm. Das erste Teil vom Anbraten ist geschehen. Das ist schon wieder alles gut. Und ich setze sie wieder zurück. So Leute. Ebenster was wir aufmachen, um runterzulegen. Und dann sollte es auch schon wieder weit passiert sein für heute. Etwas Wasser dabei. Etwas Weisere dabei. Etwas Weisere dabei. Und ich schaue. Und dann muss es noch wieder aufmachen. Und dann alles gut schmeckt. Und dann verstecken wir uns auf das Kilo. Und dann geht's noch. Und dann hier mal so hin und dann zum Schütten. Und dann schnitt. Und dann geht's noch wieder. Okay. hier Blatt von meinem eigenen Schraub, eben gut genähten, damit etwas Aroma freikommt. Etwas Pfeffer dabei. Etwas Pfeffer, nicht im Scharf zu machen, aber gibt sehr viel Pfeffer Geschmack, Aroma und liebe Leute, ihr wisst es ja mittlerweile, unten drunter stehen alle Zutaten. Ich vergesse nämlich sehr oft die Namen davon. Und eine Minute sage ich es und die nächste Minute ist es weg. Ich schäme mich da manchmal auch für, aber ich habe damit leben gelernt. Also, nicht verzweifeln, alles steht unten dran an der Anhang. So. Das war nicht gemeint. Schade von der Soße, die drin saß. So Leute, noch etwas Wein dabei. Schade von der Haut, könnte ich mich überärgern. So, jetzt geht er wieder ab im Ofen. Alle halbe Stunde beträuflich den. Für die nächsten zwei Stunden. Die Temperatur geht etwas zurück auf 140. Liebe Leute, wir sehen uns nachher wieder. Zweieinhalb Stunden später. Ich habe 91 Grad erreicht, die Temperatur im Garten. Also, ich denke, dass das fertig ist. Ich hole das mal eben raus. Ich lasse den so zusammen, dann wieder ein wenig in die Freiheit. Vorsichtig mit den 400, die sind immer heiß. So Leute. Eben diese, die habe ich nicht mehr fertig. Meine Ernte Geht zurück im Ofen. Geben die Temperatur hoch. Viertelstundchen, denke ich. Dann sollte die Haut in einem auch wieder ganz anders aussehen. Dann kann ich weitermachen mit meiner Soße. Dann kann ich weitermachen mit meiner Soße. Dann ziehe ich mir da mal eine kleine Warte bei. Und setze die Balinen auf dem Feuer. So liebe Freunde. Nach langer Wartezeit. Und unglaublich viel Geduld. Und da ist unser allerwerterster der Hauptgasteilabend. Na, wie sieht das aus, liebe Leute? Könnte das saftig sein. Oh, der ist noch warm. Da geht das überhaupt nicht so, wie ich das möchte. Dann lasse ich das halt von der anderen Seite sehen. Das ist noch so heiß, liebe Leute. Danke, lieber Kühlschrank. Danke, liebe Tüftkühltruhe. Und das ist natürlich auch noch so, dass man so etwas Schönes finden darf. Leute gesund bleiben. Vorsichtig. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017